Okay, ich freue mich echt riesig, heute hier sein zu dürfen. Ich bin evangelisch von Haus aus, meine Frau und ich, wir sind engagiert in der evangelischen Kirchengemeinde. Ich kann nicht verhehlen, da guckt man etwas begeistert und fast neidvoll auf diese wundervolle Umgebung. Viele junge Menschen, die Jesus lieben und nachfolgen und mitbauen am Reich Gottes, da rutscht mir ein Halleluja raus. Ich kann nicht anders. Wie schön, heute hier unter euch zu sein und zu sprechen über dieses Thema Dekonstruktion. Wir haben zwei Teile, wir werden jetzt zuerst so eine Bestandsaufnahme machen. Ich möchte euch berichten, was passiert da eigentlich gerade im Land? Warum beschäftigen wir uns mit diesem Thema? Darum soll es im ersten Teil gehen. Bevor wir einsteigen, stell dir vor, es ist Weihnachten und du bist gespannt, was deine Lieben dir schenken werden. Du hast schon gemerkt, unter dem Weihnachtsbaum ein großes Paket und du weißt, es wird für mich sein. Und du machst es auch voller Spannung, was deine Lieben dir wohl geschenkt haben und deine erste Reaktion ist so, äh, okay, na gut, ich war eigentlich bisher nicht so ein Lego-Fan, aber sie haben mir einen großen Bausatz geschenkt. Lego-Technik, ein Monster-Truck zum selber bauen. Na ja, gut, habe ich bisher noch nicht gemacht, du machst das Päckchen auf, viele Teile drin, viele Zahnrädchen, die irgendwie später mal ineinander greifen sollen und es packt dich dann doch. Ja, und du denkst, also gut, Challenge, dieses Ding hier zusammenzubauen, ich werde es versuchen und es wird bestimmt spannend. Und du hast natürlich, es gibt eine schöne Bedienungsanleitung dazu und, ähm, ja, die Feierlichkeiten sind vorbei, du greifst an und du sagst dir, das Ding, das will ich hinkriegen, das will ich zusammenbauen. Du legst los, Schritt für Schritt. Ja, das Problem ist die Bedienungsanleitung, diese, diese Bastelanleitung, die da dabei liegt, sie ist schon reich bebildert, es gibt viele Bildchen dazu. Aber du bist dir nicht immer so ganz sicher, sind es wirklich die richtigen Teile, die ich jetzt hier verwende? Baue ich sie wirklich richtig zusammen? Egal, Schritt für Schritt geht's weiter. Dein Monster Truck, äh, nimmt, äh, Gestalt an und dann ist der Moment da und das Ding steht vor dir in voller Pracht. Du bist stolz, aber irgendwie, was komisch ist, sind ein paar Teile übrig geblieben. Und, ähm, du willst jetzt auch, das ist ja nicht nur so ein Modell, sondern hat eine Menge Funktionen und du fängst einfach mal an, indem du an diesem kleinen Lenkrad drehen willst und du versuchst es und das Ding klemmt. Du wendest etwas mehr Kraft auf und plötzlich bricht die Achse auseinander. Und du merkst, okay, etwas stimmt nicht mit meinem Monster Truck. Wie finde ich raus, was das nicht stimmt? Und ich muss es, es gibt keine andere Wahl, ich muss das Ding leider, leider nochmal auseinanderbauen. Ich muss es dekonstruieren. So, und damit herzlich willkommen bei unserem Thema. Dekonstruktion, das ist ja nun leider nicht so ein super ermutigendes Thema, wie man es sich vielleicht wünschen würde, wenn man hier einen Tag sich Zeit nimmt, um sich mit einem Thema zu beschäftigen. Denn es geht ja auch nicht nur um Dekonstruktion von irgendeinem Modell, es geht um die Dekonstruktion unseres Glaubens. Also das, was uns im Innersten bewegt, das hört sich jetzt echt nicht nach so einem ermutigenden Thema an. Ja, ich muss sagen, in den letzten Jahren, wo ich mich damit beschäftigt habe, war das auch nicht immer so ermutigend. Erst kürzlich zum Beispiel habe ich mir ein neues Buch zugelegt. Gerade ganz neu erschienen im SCM-Verlag, heißt Anders als geglaubt, von Preston Ulmer, einem US-Amerikaner. Und wenn man genau schaut auf dieses Cover, das man da sieht, merkt man schon, es geht um genau unser Thema. Dekonstruktion, kannst du es hier lesen, das ist das Thema von diesem Buch. Und es zeigt schon, ganz offenkundig, ist es ein Thema, das viele Christen beschäftigt, sonst würde der SCM-Verlag nicht darauf kommen, zu diesem Thema ein Buch rauszubringen, innerhalb von sehr kurzer Zeit ein Buch auch aus dem Englischen zu übersetzen. Und es ist so in diesem Buch, dass Preston Ulmer darüber spricht, viele Menschen dekonstruieren in ihren Glauben. Und Preston Ulmer warnt in diesem Buch auch nicht, der Force, einen Glauben zu dekonstruieren. Im Gegenteil, er sagt, das ist gut so, mach das. Dekonstruktion ist etwas Gutes. Er sagt sogar, das sei etwas Heiliges. So, wie definiert der Preston Ulmer Dekonstruktion? Er sagt, Dekonstruktion bedeutet, eine Idee, eine Praxis, eine Tradition, ein Glauben oder ein System in kleinere Bestandteile zu zerlegen, so wie unseren Monster Truck, den wir am Eingang hatten, um ihre Grundlage, ihren Wahrheitsgehalt, ihren Nutzen und ihre Auswirkungen zu untersuchen. Das ist jetzt eine sehr allgemeine Definition. Wenn man dann aber weiterliest in diesem Buch, merkt man, Preston Ulmer geht es jetzt nicht darum, irgendeine Idee oder irgendeine Tradition, irgendeinen Glauben zu dekonstruieren. Nein, es geht ihm um eine sehr spezifische, bestimmte Form von Glauben. Er schreibt, Jesus im 21. Jahrhundert zu folgen, bedeutet ihm außerhalb bestimmter evangelikaler Normen zu folgen. Es bedeutet, diese Tempel des Götzendienstes abzubauen und andere zu ermutigen, dasselbe zu tun. In den Interviews und Recherchen, die ich für dieses Buch geführt habe, kamen viele verschiedene evangelikale Normen als Themen zur Sprache, die Christen heute dekonstruieren. Einige der großen Themen waren Politik, Purity Culture, eine platte, wenig differenzierte Lesart der Bibel, die Behandlung und Ausgrenzung der LGBTQ-Plus-Gemeinschaft, die Lehre von der Hölle und Scheinheiligkeit. Wir werden uns damit befassen, wie man am besten vorankommt, wenn Teile des Christentums, nämlich der Evangelikalismus, ganz klar dekonstruiert werden müssen. Also es geht ihm spezifisch darum, den Evangelikalismus zu dekonstruieren. Und für Menschen wie mich ist das schon eine schockierende Botschaft, einigermaßen. Ich bin Landeskirchler, ich habe es vorher schon erwähnt, aber für mich war immer klar, ich liebe speziell diese große christliche Familie, die wir in Landeskirchen und Freikirchen finden, in unterschiedlichen Gemeinschaften, über die man diesen Begriff schreiben kann, Evangelikal. Wir werden gleich nachher noch genauer uns damit beschäftigen, was bedeutet denn dieser Begriff Evangelikal. Aber für mich war Evangelikal eigentlich immer ein Sammelbegriff für meine Familie, für die Christen, mit denen ich mich eins fühle, nicht nur in Deutschland, sondern weltumspannend ist ja diese Bewegung inzwischen von Christen, die in besonderer Weise die Bibel als Gottes Wort ernst nehmen und noch einige andere Dinge, über die wir nachher sprechen werden. Deshalb ist es für mich schon sehr speziell, in einem Buch zu lesen, jetzt geht es darum, den Evangelikalismus zu dekonstruieren. Zumal dieses Buch ja jetzt nicht irgendwie in einem liberalen, theologischen Verlag erschienen ist oder in einem säkularen Verlag, sondern es ist bei SCM erschienen. Eine Verlagsgemeinschaft, von der man eigentlich davon ausgeht, das ist ein evangelikaler Verlag und innerhalb von SCM ist es bei R. Brockhaus erschienen. R. Brockhaus ist ein Verlag, der ursprünglich aus dem Bereich der geschlossenen Brüder kommt, also sogar ein besonders konservativer Teil dieser großen, vielfältigen evangelikalen Welt. Wenn man bei Wikipedia mal nachschaut, was da über R. Brockhaus gesagt wird, kann man da lesen, dass Brockhaus das Ziel hat, Publikationen aus dem Spektrum evangelikaler Theologie zu veröffentlichen. Also ein Verlag, der eigentlich evangelikale Theologie pushen möchte, was das eigentlich als Inhalt hat, bringt jetzt ein Buch raus, in dem es darum geht, speziell den Evangelikalismus zu dekonstruieren. Wow, was passiert da? Was ereignet sich da in unserem Land, dass ein Verlag, das ist jetzt nur ein Beispiel, wir werden gleich noch mehrere sehen, der eigentlich Grundevangelikales selber den Evangelikalismus dekonstruiert. Ich habe vorher angekündigt, ich möchte noch ein paar Worte zu mir selber sagen und wie ich zu diesem Thema komme. Lange Zeit haben mich in meinem Leben, ehrlich gesagt, solche theologischen Themen gar nicht so interessiert. Wie gesagt, ich bin evangelikal geprägt, das heißt, ich war gerne und immer unterwegs auf so evangelikalen Großveranstaltungen. Ich habe das immer geliebt, wenn Christen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen zusammenkommen, um Jesus zu feiern. Mein eigener Schwerpunkt war eigentlich Lobpreis lange Jahre. Ich habe in Bands gespielt, ich habe Lobpreis gerne geleitet, ich habe Lieder geschrieben, es ist sogar mal eine CD von mir, mit Liedern von mir bei SCM rausgekommen. Ich habe in meiner Heimatgemeinde einen Glaubenskurs entwickelt, Aufatmen in Gottes Gegenwart heißt der, vielleicht hat es schon mal jemand gehört, habe ein Buch dazu geschrieben, wo es darum geht, Glaubensgrundlagen zu legen und wo es darum geht, dass Christen, die vielleicht schon etwas in die Routine gefallen sind, ganz neue Leidenschaft bekommen für Jesus und einen leidenschaftlichen Glauben zu entwickeln. Das war so mein Thema. Und in unserem Glaubenskurs habe ich gemerkt, ja, in so einem Buch kann man bestimmte Grundlagenthemen behandeln, aber die Leute, die zu uns kommen, die haben noch viel mehr Fragen. Und ich habe mir überlegt, wie können wir diese Fragen adressieren und dann habe ich so einen Blog etabliert. Das war 2014, habe ich dann angefangen, Aufatmen in Gottes Gegenwart der Blog und da kamen dann so alle zwei Wochen neue Artikel zu den unterschiedlichsten Glaubensthemen raus, habe ich da verfasst. Und ganz ehrlich, meine Leserschaft war lange Zeit sehr, sehr überschaubar. Bis ins Jahr 2017, da ist was passiert. Ich bin auf eine Internet-Mediathek gestoßen mit dem Namen Worthaus. Ich weiß nicht, ob ihr von Worthaus schon mal gehört habt. Worthaus ist eine Online-Mediathek mit frei verfügbaren theologischen Vorträgen. Inzwischen sind es schon deutlich über 200 theologische Vorträge, die man da abrufen kann auf YouTube, kostenlos. Es ist inzwischen auch noch ein Podcast dazugekommen, nennt sich Das Wort und das Fleisch. Und der Anspruch ist, einen unverstellteren Blick auf die Bibel zu vermitteln. Und welcher Christ ist da nicht begeistert? Wir wollen das ja alle. Wir lesen unsere Bibel. Manches versteht man nicht so richtig gut. Und man möchte mehr darüber lernen, wie die Bibel zu verstehen ist. Und ich habe angefangen, da reinzuhören. Der erste Vortrag von dem Hauptreferent Siegfried Zimmer fand ich richtig gut. Man hat gleich gemerkt, der Mann hat viel rhetorisches Talent. Man kann ihm sehr gut zuhören. Und der erste Vortrag ging um Jesus Christus. Die Person Jesus Christus fand ich großartig. Wirklich faszinierend. Er hat den Zuhörern diese Einzigartigkeit von Jesus Christus vor Augen gemalt. Hat mir gut gefallen. Aber je länger ich Vorträge von Worthaus gehört und gesehen habe, umso mehr sind meine Zweifel gewachsen. Und mit der Zeit ist mir etwas aufgefallen. Ja, ich habe gemerkt, der Siegfried Zimmer und auch andere, manchmal hören sie sich an, wie wenn es Evangelikale sind. Aber die Theologie, die da rein, drüber kommt, naja, die kenne ich eigentlich von woanders gut. Ich bin, wie gesagt, evangelisch. Und unsere evangelische Kirche, unsere Leiter werden nicht an so einer schönen Akademie, wie hier ausgebildet, sondern an der Universität, an Fakultäten der Universität. Und dort ist eine Form von Theologie dominierend, wo wir Evangelikale eigentlich immer bewusst gesagt hatten, wir wollen einen anderen Weg gehen. Wir werden nachher noch genauer darüber sprechen, wo denn die Knackpunkte, die Unterschiede sind in der Theologie, was da die unterschiedlichen Weichenstellungen sind. Aber ich habe gemerkt, die Theologie, die hier bei Worthaus vermittelt wird, die vermittelt letztlich das ganze Spektrum von Theologie, wie sie an Universitäten vermittelt wird. Ja, da waren sehr liberale Theologen dabei, es sind auch weniger liberale Theologen dabei, aber was definitiv nicht dabei ist, sind Evangelikale. Und gut, das ist jetzt nichts Neues, diese Art von Theologie gibt es seit langem, aber was besonders war bei Worthaus, und was mir aufgefallen ist, obwohl diese Theologie nicht evangelikal ist, die da vermittelt wird, hat dieser Kanal Worthaus eine ungeheuer starke Resonanz gefunden im evangelikalen Umfeld, unter Landes-, unter freikirchlichen Theologen und Laien. Ja, das wurde zum Beispiel dadurch deutlich, dass ich gemerkt habe, der Siegfried Zimmer, den kann man nicht nur bei Worthaus sehen, der tritt auf bei ganz unterschiedlichen evangelikalen Veranstaltungen, beim Spring-Ferien-Festival war er jahrelang, bei den Jesus-Freaks, er hat Mitarbeiter geschult in landeskirchlichen Gemeinschaften von freikirchlichen Pastoren. Er berichtet an einer Stelle, Worthaus habe Zehntausende von Zuhörern, oder er berichtet mal, wie er auf einer Pastorenfortbildung ist, und er fragt dann am Ende, wer von euch hört denn alles regelmäßig Worthaus? Und er sagt, alle Hände gingen hoch. Alle freikirchlichen Pastoren, die da waren, wir hören alle regelmäßig Worthaus. Das habe ich gemerkt, ist nicht nur bei Siegfried Zimmer so, auch Professor Thorsten Dietz, der inzwischen der zweite Hauptreferent ist von Worthaus. Auch er wird unheimlich viel gesehen, gehört, wahrgenommen im allianz-evangelikalen und freikirchlichen Umfeld. Also man hört ihn oft bei im ERF zum Beispiel, Campus habe ich hier im Bild, Gnadauer Upgrade-Kongress, Mitarbeiterschulung von den APIs. Ja, und er erscheint bei evangelikalen Verlagen. Der SCM-Verlag hat gerade letztes Jahr ein großes, dickes Buch von Thorsten Dietz rausgebracht, Menschen mit Missionen, wo es um die evangelikale Bewegung auch noch geht. Also das hat mich dann beschäftigt. Was passiert hier? Hier sind Theologen unterwegs, die selber keine evangelikale Theologie vertreten, die aber mitten im allianz-evangelikalen und freikirchlichen Umfeld eine ungeheure Aufmerksamkeit genießen und sehr viel Einfluss gewinnen. Und ich habe mir gedacht, darüber müssen wir reden. Und ich habe dann auf meinem Blog diesen Artikel veröffentlicht, Worthaus, Universitätstheologie für Evangelikale? Und ja, ich habe ja gesagt, bis dahin war mein Blog selber schaubar von der Leserschaft. Dieses Ding hier ist plötzlich viral gegangen. Also ich hatte tatsächlich plötzlich zehntausende Klicks, mehrere Verlage haben sich gemeldet, wir wollen einen Artikel nachdrucken. Bei Ideaspektrum kam eine gekürzte Version und hat alles Mögliche ausgelöst in meinem Leben. Und ich war plötzlich hineingeworfen in dieses Thema Dekonstruktion, Postevangelikalismus. Das war plötzlich etwas, was mich unglaublich beschäftigt und umgetrieben hat. Ich habe gerade schon einen Begriff verwendet, Postevangelikalismus. Auch das ist etwas, was mir bei Worthaus aufgefallen ist. Ich habe es vorher schon gesagt, diese Leute reden manchmal in einem Stil, der für uns Evangelikale sehr vertraut klingt. Das hat auch einen Grund. Sowohl Siegfried Zimmer als auch Thorsten Dietz berichten, dass sie eine Phase hatten in ihrem Leben, wo sie in dieser evangelikalen Welt zu Hause waren und wo sie auch diese evangelikalen Grundüberzeugungen für sich persönlich verinnerlicht hatten. Wie gesagt, eine Zeit lang, so lange, bis sie dann immer offeneren Zugang zu universitärer Theologie gefunden haben, sich immer mehr für universitäre Theologie geöffnet haben und damit evangelikale Positionen hinter sich gelassen haben. Sie sind also klassische Postevangelikale. So was ist ein Postevangelikaler? In dem Begriff steckt zum einen der Begriff evangelikal drin. Und das heißt, postevangelikale Menschen sind Christen oder Menschen, ich sage es mal allgemeiner, die eine Zeit lang in ihrem Leben so eine evangelikale Phase hatten, die diesen Begriff auch noch nicht ganz abstreifen wollen. Die sagen, das gehört zu meiner Biografie, da stehe ich dazu. Und an der Stelle vielleicht mal eine kurze Definition, was ist eigentlich evangelikal, was bedeutet das? Es gibt diesen Historiker David Bebbington, der sich sehr intensiv mit Evangelikalismus in der ganzen Welt beschäftigt hat. Und er hat gesagt, Evangelikalismus ist sehr, sehr bunt, sehr, sehr vielfältig, ganz unterschiedlich strukturiert. Es gibt keine Leitungsstruktur, Es gibt eigentlich auch keine gemeinsame Tradition. Und trotzdem gibt es Merkmale, die diese Bewegung zur Bewegung machen. Zum Beispiel, alle Evangelikalen betonen die Vertrauenswürdigkeit der Bibel. Alle Evangelikalen betonen die Zentralität des Versöhnungswerks Christi am Kreuz. Kommen wir nachher noch drauf. Alle Evangelikalen betonen die Notwendigkeit Anwendigkeit einer persönlichen Hinwendung zu Jesus Christus, einer Bekehrung. Und alle Evangelikalen sagen, es ist die Aufgabe aller Christen, nicht nur von ein paar Profis, alle Christen sind gerufen, sich aktiv an der Verbreitung des Evangeliums zu beteiligen. Und wie gesagt, auch Thorsten Dietz, auch Siegfried Zimmer hatten eine Phase, wo sie ganz in dieser Überzeugung mit drin waren, wo sie da mitgearbeitet haben. Aber sie sind post-evangelikal. Der Begriff post-lateinisch heißt nach. Und das heißt, sie sind jetzt in einer neuen Lebensphase, nach dieser evangelikalen Phase. Das heißt, sie haben evangelikale Grundüberzeugungen hinter sich gelassen, hat oft dann auch praktische Konsequenzen, dass die evangelikale Gemeinschaft oder Gemeinde verlassen wird. Das heißt, diese Leute gehen theologisch und oft auch ganz praktisch neue Wege. Und im Nachgang habe ich gemerkt, dass dieser Post-Evangelikalismus, dass ich den nicht erst 2017 kennengelernt habe. Das erste Mal bin ich damit in Berührung gekommen, zu einer Zeit, da kannte ich diesen Begriff noch gar nicht. Vielleicht hat es der eine oder andere von euch auch mitbekommen. Das war 2015. Da ist ein Buch erschienen von Thorsten Hebel. Thorsten Hebel war lange Zeit als Jugendevangelist bekannt. Er hat gepredigt auf Jesus Haus, dieser Jugendversion von Pro Christ. Ich habe ihn auch persönlich kennengelernt, ein sehr feuriger Redner. Ich fand ihn sehr begeisternd, aber auch vielen evangelikalen Formaten zu sehen und zu hören. Und 2015 hat er dieses Buch Freischwimmer rausgebracht. Und in diesem Buch steht unter anderem der Satz, mein ganzes Konstrukt Glaube, das ich mir lange schön geredet habe, ergibt für mich einfach keinen Sinn mehr. Und klar, dass das Christen beschäftigt hat, ja, dieser Mann hat ja lange Zeit zum Glauben aufgerufen. Er hat zum Glauben eingeladen. Und es fühlt sich schon speziell an, da waren jetzt also nicht wenige Menschen, die sind durch diesen Mann zum Glauben gekommen. Und der sagt jetzt, sorry, für mich selber ergibt das keinen Sinn mehr. Das Besondere an dem Buch war zudem, es war damals im evangelikalen Umfeld weitgehend unkritisch beworben worden und in Ideen war zu lesen, das war in dem Jahr der Bucherfolg im christlichen Umfeld schlechthin. Manche kränkelnde christliche Verlage waren froh, dass es dieses Buch gab oder SCM speziell, weil das ein großer Verkaufserfolg war. Also offensichtlich hat das Buch einen Nerv getroffen. Ganz offensichtlich haben sich schon damals viele Christen mit Dekonstruktionsfragen beschäftigt. Warum auch immer. Das nächste Mal, wo ich dann darauf getroffen bin, das war auch dann 2017. Ich habe Gottfried Müller kennengelernt. Er war damals unterwegs unter dem Namen Gofi. Vielleicht kennen ihn manche von euch auch. Auch er war lange Jahre als Jugendevangelist in ganz Deutschland unterwegs, hat junge Menschen zum Glauben eingeladen und er hat dann 2018 oder 2017, weiß ich jetzt gerade nicht genau, dieses Buch rausgebracht, Flucht aus Evangelikalen. Mit ganz ähnlichen Inhalten, wo er seine Geschichte beschreibt, wie er lange Zeit im evangelikalen Umfeld unterwegs war und wie er das Schritt für Schritt hinter sich gelassen hat. Ich habe mich dann auch mit dem Podcast beschäftigt, den Gottfried Müller bestritten hat, Hossa Talk, vielleicht auch hier dem einen oder bekannt. Ich würde vermuten, immer noch einer der erfolgreichsten Podcasts im christlichen Umfeld. Ich nenne es mal so allgemein. Hossa Talk, lange, jahrelang war Gottfried Müller zusammen mit Jakob Friedrichs. Die beiden waren die zwei Leute, die das hauptsächlich betrieben haben. Auch Jakob Friedrichs war mir gut bekannt, weil Jakob Friedrichs gehört bis heute immer noch zu so einer christlichen Comedy-Gruppe namens Super 2. Früher hießen die Nimm 2. Ich habe die total gefeiert in meiner Jugend. Also es gibt, glaube ich, doch den einen oder anderen in meiner Altersklasse hier. Die haben vielleicht auch mal Nimm 2 großartig gefunden. Ja, das hat mich beschäftigt. Auch Nimm 2, die waren auch mal bei uns am Ort. Die haben eine Evangelisation gemacht. Die haben zum Glauben eingeladen. Und es ist natürlich bewegend zu sehen, jetzt sind da Leute, die ich früher gefeiert habe. Und jetzt sagen die, ich lasse das hinter mir. Das hat mich so beschäftigt, dass ich auch dazu mal einen Artikel geschrieben habe auf meinem Blog und daraufhin habe ich eine Einladung gekriegt. Ich durfte dann auch mal bei Hossack Talk sein. Folge 97, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal reinhören, wie ich mit den beiden spreche. Dieses Bild hier ist übrigens eine Fotomontage. Ich habe denen keine Hasenohren gemacht in Wirklichkeit. Ja, aber ihr merkt, ich bin richtig eingetaucht in dieses Thema. Das ist auch dem SCM-Verlag damals aufgefallen. Und die haben mich dann ermutigt, schreib doch mal ein Buch darüber. Und 2019 ist mein Buch erschienen. Zeit des Umbruchs, wenn Christen ihre evangelikale Heimat verlassen. Da berichte ich von all den Beobachtungen, die ich da mache. Und ich nehme auch Stellung dazu, wie ich das persönlich einschätze in diesem Buch. Das war 2019, aber es hat nicht aufgehört. Ich habe auch danach weitergemacht, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Im Jahr 2021 war das, hat mich dieses Buch hier sehr beschäftigt. Ich muss nochmal nachgucken, stimmt das wirklich? War das 2020 oder 2021? Ein Buch mit dem Titel Glauben, Lieben, Hoffen. 2021 war es tatsächlich. Ein Buch aus der freikirchlichen Welt. Eine Gruppe von Herausgebern haben das herausgebracht. Und die Herausgeber waren Leiter in der freikirchlichen Jugendarbeit von Bund freier evangelischer Gemeinden und vom Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden Baptisten. Und dieses Buch hatte für sich den Anspruch, wir wollen die Grundlagen des christlichen Glaubens erklären in einer Form, dass man es gut einsetzen kann in der Jugendarbeit. Und dass auch Jugendliche selber das gut lesen können und sich beschäftigen können, was sind eigentlich die Grundlagen unseres christlichen Glaubens. Da gibt es eine Fülle von Artikeln drin. Einige Artikel fand ich sehr gut. Aber über einige Artikel habe ich doch sehr gestaunt. Da sind mir Aussagen begegnet wie, dass in den prophetischen Texten würde keine Zukunft vorhergesagt. Jesus wird im Alten Testament nicht vorausgesagt. Die Bibel, das ist jetzt wörtlich, die Bibel ist von einer Entwicklung hin zum Monotheismus geprägt, will also heißen, es gibt Teile der Bibel, da sind die Autoren noch polytheistisch, so wie in Naturreligionen unterwegs. Die Vorstellungen von Teufel, Himmel und Hölle haben sich wohl erst nach dem babylonischen Exil entwickelt, vermutlich durch den Einfluss des Zoroastrismus und des griechischen Denkens. Ich will sagen, wenn ich heute noch an Himmel, Hölle und den Teufel glaube, dann ist das jetzt keine Offenbarung des Heiligen Geistes, sondern dann bin ich da geprägt von einer früheren Sekte aus der Antike und von griechischen Philosophen. Matthäus, Lukas, Paulus seien von der biologischen Vaterschaft Josefs ausgegangen. So, auch das sind ja keine neuen Thesen. Ich kenne das alles seit langem. Wie gesagt, ich bin evangelisch. Bei uns gibt es evangelische Theologie. Ich kenne diese Dinge. Aber dass Leiter der freikirchlichen Jugendarbeit solche Thesen vertreten und dass da ein Buch erscheint, das die Jugend von Freikirchen mit solchen Thesen prägen soll. Und damit die Zukunft dieser Freikirchen. Ich muss ehrlich sagen, meine Frau, die ist heute dabei. Sie hat es miterlebt. Wir waren im Urlaub. Ich habe das Buch gelesen. Ich hatte eine schlechte Nacht. Ich hatte wirklich eine schlechte Nacht, weil mir klar war, da passieren Dinge, die wirklich grundlegende Auswirkungen haben. Welche Auswirkungen, werden wir nachher noch darüber sprechen. Ich möchte euch noch zwei Personen nennen, die auch bei diesem Thema, wir machen ja eine Bestandsaufnahme, die bei diesem Thema relevant sind. Die eine Person ist Michael Diener. Michael Diener ist im evangelikalen Umfeld nicht irgendwer. Er war viele Jahre lang Leiter des Gnadauer Gemeinschaftsverbands. Eine Institution, zu der viele evangelikal geprägte landeskirchliche Gemeinschaften gehören. Er war vier Jahre lang auch Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz. Also ein Aushängeschild für die Evangelikalen in unserem Land. Und deshalb hat es viele Christen sehr bewegt, als im Jahr 2016 es zu einem öffentlichen Konflikt kam zwischen Michael Diener und einem anderen evangelikalen Aushängeschild, Ulrich Parzani. Und der Grund war, dass Michael Diener in einem öffentlichen Interview mit einer säkularen Zeitung deutlich gemacht hat, dass er dabei ist, sexualethische Überzeugungen, die für Evangelikale eigentlich bisher als selbstverständlich galten, infrage zu stellen. Und das hat Ulrich Parzani beunruhigt. Und es gab einen öffentlichen Konflikt. Dabei ist auch dieses Netzwerk Bibel und Bekenntnis entstanden, das ich heute mitleiten darf. Und ja, die Entwicklung ist auch bei Michael Diener weitergegangen. 2022 ist sein Buch erschienen. Raus aus der Sackgasse, heißt es, in dem er deutlich macht, wo und in welcher Form er evangelikale Grundüberzeugungen aufgegeben hat. Das ist bei ihm besonders offenkundig bei diesem Thema Sexualethik. Über das werden wir heute auch noch sprechen müssen. Und er ist heute auch ein wichtiger Vertreter in diesem postevangelikalen Umfeld. Also, wie gesagt, nicht irgendwer, sondern das ehemalige evangelikale Aushängeschild, ist heute jemand, der diesen Postevangelikalismus sehr stark nach vorne treibt. Und ich möchte euch gerne noch eine Person vorstellen. Dann suchen wir mal da durch an der Stelle. Martin Benz ist von Haus aus Pastor im freikirchlichen Setting. Er ist jetzt aber bekannt geworden als Podcaster, als Autor auch. 2022 ist sein Buch erschienen, Wenn der Glaube nicht mehr passt. Er berichtet darin von seiner eigenen Entwicklung, raus aus dem Evangelikalismus, hin zu einer Theologie, die er progressive Theologie nennt. Kommen wir gleich noch drauf, was das ist. Er berichtet viel drüber, dass er mit vielen Christen darüber im Gespräch sei, dass es viele Christen gäbe, die evangelikale Überzeugungen hinterfragen. Er sagt, so viele Christen begegnen mir, die haben Probleme mit dem evangelikalen Bibelverständnis, mit gewalttätigen Bibelstellen, mit dem evangelikalen Verständnis von Kreuz, Erlösung, Verdammnis, mit evangelikalen sexualethischen Positionen, aber dann auch mit erlebter Heuchelei, mit Machtmissbrauch unter Christen, dass sie Barmherzigkeit und Liebe vermisst haben oder dass sie einfach auch nicht mehr mitmachen möchten bei dieser Einteilung drinnen und draußen. Die gehören dazu, die sind nicht dabei. Das ist doch eine irgendwie herzlose Aufteilung von Menschen, da wollen wir uns nicht mehr beteiligen. Und er sagt von sich selber und er beobachtet es bei vielen Christen und ermutigt auch dazu, dass man doch einen Umzug im Glauben machen soll. Das ist sein großes Bild. Damit Glaube sich verändert, muss er sich weiterentwickeln. So manchmal fühlt sich der eigene Glaube wie eine Wohnung an, in der man sich nicht mehr zu Hause fühlt und in die man niemanden mehr einladen möchte. Wie bei einem normalen Umzug muss sich auch der Glaube die Frage stellen, welche Inhalte, welche Praxis, welche Überzeugung möchte ich bewahren und mit in die Zukunft nehmen? Erstens, welche muss ich entsorgen, weil sie sich nicht bewährt haben oder in krankmachender Spannung zu meiner Lebensrealität stehen? Zweitens und drittens, welche sollte ich mir neu aneignen, damit der Glaube an Perspektive, Freiheit und Möglichkeiten gewinnt? Also sag, mach doch einen Glaubensumzug. Guck, was noch passt für dich, das nimmst du weiter mit. Was nicht mehr passt, entsorgst du und dann hol dir neue Sachen in deine Glaubenswohnung rein, die dazu führen, dass es dir besser geht in deiner Glaubenswohnung drin. Und wie gesagt, er bezeichnet sich als ein Vertreter von progressiver Theologie. Was ist progressive Theologie? Das hat mit diesem Begriff hier zu tun, weiterentwickeln. Ein Glaube, der sich ständig weiterentwickelt. Evangelikale sind ja auch der Überzeugung, dass es hier in der Bibel eine Entwicklung gibt. Natürlich, die Bibel erzählt die Geschichte Gottes mit den Menschen. Da gibt es natürlich Entwicklungen, bis hin, dass Jesus Christus kommt und neue Dinge offenbart, die bis dahin zwar vorhergesagt werden, angedeutet werden, aber die mit Jesus Christus richtig transparent werden. Natürlich gibt es in der Bibel Entwicklungen, aber Evangelikale sind immer auch der Überzeugung, die Bibel hat auch ein Ende. Ja, da gibt es ganz am Ende der Offenbarung auch die Aussage, Achtung, hinzufügen ist verboten. Da ist jetzt Schluss. Das hier ist der gültige Maßstab für unseren Glauben. Das macht progressive Theologie ganz bewusst anders. Dazu nochmal ein Zitat von Thorsten Dietz in dem Fall. Er sagt, eine Haltung der Hoffnung erweist sich grundsätzlich als Offenheit dafür, dass Gott immer wieder neue Wege geht, dass zum Glauben neue Wege notwendig dazugehören. Das Glaube nicht ein einziger Weg ist für alle Zeiten festgeschrieben und normiert, sondern neue Entdeckungen, neue Lieder, neue Gedanken, neue Überzeugungen, neue Werte zur Geschichte des Glaubens gehören und wohl auch zu seiner Zukunft. Das heißt, hier ist die Überzeugung, Glaube entwickelt sich immer weiter und es hört auch nicht auf mit dem Ende der Bibel, sondern es geht auch danach immer wieder weiter. Es ist die Überzeugung, der Glaube, den wir in der Bibel finden, ist eben auch ein Kind seiner Zeit. Er ist verankert und verwurzelt in damaligen moralischen, kulturellen Vorstellungen, aber Moral und Kultur entwickelt sich immer weiter und entsprechend ist es wichtig, dass wir auch unseren Glauben immer weiter entwickeln. Und entsprechend kann es sein, dass wir nicht nur bei Formen, also neue Lieder, da wäre ich ja komplett dabei, ich habe selber neue Lieder geschrieben, aber auch bei Überzeugungen, bei Werten, bei theologischen Gedankengängen, dass wir da ganz neue Gedanken entwickeln, die auch im Widerspruch stehen zu dem, was wir bisher gedacht haben, denn Theologie ist progressiv, sie muss immer neu gedacht werden. So, jetzt habe ich einen kleinen Überblick gegeben, wichtige Personen, was ist Postevangelikalismus, was ist progressive Theologie. Ich möchte es mal bündeln in einer These und die These heißt, Postevangelikalismus und progressive Theologie ist längst kein Randphänomen mehr, sondern sie ist auf breiter Front mitten in der freikirchlichen und allianz-evangelikalen Welt angekommen. Also wir reden heute über dieses Thema nicht, weil wir einfach so Theologie-Nerds sind und einfach mal heute Lust haben, so richtig uns in solche Fragen zu vertiefen. Nein, wir reden darüber, weil hier wirklich grundlegende Entwicklungen ablaufen im allianz-evangelikalen und freikirchlichen Umfeld, die auch keine Randerscheinungen sind, sondern es passiert an ganz vielen Stellen. Ich möchte sogar die These noch verschärfen und behaupten oder meine Beobachtung schildern, postevangelikale und progressive Theologie ist mittlerweile in nicht wenigen evangelikalen Werken, Institutionen, Denominationen sogar vorherrschend und prägend. Das gilt vielleicht nicht ganz so sehr für die Basis, die Christen an der Gemeindebasis, aber es gilt jedenfalls bei vielen Werken und Denominationen für die Leitungsebene, für die Ebene der dort beteiligten Theologen und Leiter, die diese Werke prägen und leiten. Und dass es so ist, noch ein Zitat von Volker Gäckle. Professor Volker Gäckle ist Rektor der Internationalen Hochschule in Liebenzell, sehr bekannter Evangelikaler im württembergischen Pietismus sehr bekannt. Und er schreibt, hat kürzlich geschrieben, die Debatte nahm ihren Ausgangspunkt bei der Frage nach der Bewertung gleichgeschlechtlicher Sexualität und ist mittlerweile bei viel zentraleren theologischen Fragen gelandet. Gibt es ein letztes Gericht Gottes? Ist der Glaube an Jesus Christus das entscheidende Kriterium für Rettung und Verlorenheit? Ist die Heilige Schrift auch in geschichtlicher Hinsicht eine zuverlässige und vertrauenswürdige Grundlage für Glauben und Leben der Gemeinde? So, und jetzt sagt er, darüber hat der Pietismus in den 60er und 70er Jahren mit der ökumenischen Missionsbewegung und der liberalen Theologie auf Kirchentagen und Synoden gestritten. Heute streiten wir über ähnliche Fragestellungen im eigenen Laden. Also er sagt nochmal, die Theologie, die da besprochen und diskutiert wird, die ist nicht neu, die gibt es seit langem. Das ist eigentlich kalter Kaffee. Aber neu ist, dass diese Art von Theologie mitten im allianz-evangelikalen Umfeld, im freikirchlichen Umfeld, als evangelikal geltenden Werken und Institutionen diskutiert wird, dass sie dort sehr, sehr ernst genommen wird, an nicht wenigen Stellen sogar inzwischen dominant und prägend wirkt. So, wenn das so ist, dass es hier solche Umwälzungen gibt, hat das natürlich Konsequenzen und ich möchte gern mit euch im letzten Teil dieser Bestandsaufnahme, um die es hier geht, in diesem ersten Vortrag, noch ein wenig darüber sprechen. Ich möchte noch zwei Fragen mit euch beleuchten. Die erste Frage ist, ich muss nochmal zurückgehen, die erste Frage ist, warum ist das eigentlich so? Warum ist diese Art von Theologie so erfolgreich? Ja, als evangelischer Christ lebe ich ja seit längerem mit diesem Umstand, dass diese Art von Theologie meine evangelische Kirche quasi vollständig gekapert hat. Evangelische Ausbildungsstätten, theologische Fakultäten sind komplett bestimmt von dieser Theologie. Also da ist es dieser Art von Theologie schon mal gelungen, sehr erfolgreich sich auszubreiten. Warum hat diese Art von Theologie jetzt auch im freikirchlichen, allianz-evangelikalen Umfeld so viel Erfolg? Ich ahne, dass es eher nicht daran liegt, dass man den Eindruck hat, die evangelische Kirche hat mit dieser Theologie so viel Erfolg, Gemeinden blühen auf, wachsen. Ich glaube nicht, dass das die Ursache ist. Weil das ist ja nicht die Realität in meiner evangelischen Kirche. Also warum hat diese Theologie so viel Aufmerksamkeit? Ein paar Gründe haben wir vorher schon genannt. Menschen haben Verletzungen erlebt im evangelikalen Umfeld. Menschen haben intellektuelle Zweifel bekommen. Menschen haben einfach auch biografische Entwicklungen. Sie wollen sich öffnen für neue Gedanken. Ich möchte euch noch einen Grund nennen, den ich für sehr wichtig halte, der aber oft nicht so auf dem Schirm ist. Oder es ist zumindest mein Eindruck, dass er nicht so auf dem Schirm ist, warum diese Theologie so erfolgreich ist. Hast du mir zu, hier ein Taschentuch? Ja, deswegen ist meine Frau mit dabei. Weil... Ich wäre einfach aufgeschmissen ohne sie. Ist so. Evangelikale Theologie im Konflikt mit dem Wissenschaftsbegriff. Ich bin ja von Haus aus Naturwissenschaftler und habe mich sehr mit Wissenschaft insofern beschäftigt. Habe auch live erlebt, was dieser Wissenschaftsbegriff an den Universitäten, wie der geprägt ist und welche Konsequenzen der hat. Der Wissenschaftsbegriff im akademischen Umfeld stellt zwei Forderungen an die Wissenschaftler, die dort arbeiten. Das Erste ist Intersubjektivität. Was ist da damit gemeint? Wissenschaft im akademischen Umfeld hat den Anspruch, dass alles, was du da an Theorien entwickelst, für alle Forscher weltweit nachvollziehbar sein muss. Und zwar unabhängig von ihrer Religion und von ihrem Weltbild, das sie haben. Das heißt, wenn du als Wissenschaftler im akademischen Umfeld erfolgreich sein möchtest und überhaupt dort arbeiten möchtest, dann muss deine Theoriebildung so funktionieren, dass es auch ein Atheist ganz selbstverständlich nachvollziehen kann. Und das hat zur Konsequenz, dass du dich in deiner Theoriebildung beschränken musst, grundsätzlich beschränken musst auf natürliche Ursachen. Wissenschaft im akademischen Umfeld hat sich einer Selbstbeschränkung auf natürliche Ursachen unterworfen. Das heißt, wenn Theologie in diesem akademischen Umfeld arbeitet, dann müssen sich wissenschaftliche Artikel, die da geschrieben werden, wissenschaftliche Vorträge, die da gehalten werden, prinzipiell auf natürliche Ursachen beschränken. Das heißt, Wunder und Offenbarung dürfen prinzipiell nicht als relevante Faktoren für die Theorien, die da entwickelt werden, berücksichtigt werden. Und es geht ja in der Theologie viel um die Frage, wie sind denn eigentlich diese Texte hier entstanden? Wie ist dieses Buch hier entstanden? Wie ist das, welcher Prozess steckt dahinter, dass wir heute diese Texte in der Hand halten? Das ist ja eine wichtige Frage, die die Theologen dort sehr beschäftigt. Aber wenn du im akademischen Umfeld dazu publizieren möchtest, dann bitte rechne nicht damit, dass dabei echte Offenbarungsereignisse und Wunder eine wirkliche Rolle gespielt haben. Sondern du bist verpflichtet, das durch rein natürliche Ursachen zu erklären, so und so sind diese Texte entstanden. Und damit befindet sich, achso, man kann übrigens, den Begriff habe ich hier noch, von methodischem Atheismus sprechen. Methodischer Atheismus meint, die Leute, die das betreiben, die sind vielleicht gläubige Christen, die glauben vielleicht sehr wohl an Gott. Aber in ihrer wissenschaftlichen Arbeit müssen sie so arbeiten, als ob es Gott nicht gäbe. Ich habe mal, es hat mich sehr interessiert, ob das wirklich so ist. Es gibt ein Lexikon im Internet, das WIBilex, wissenschaftliches Bibellexikon im Internet. Und ich habe mir mal die Zeit genommen, war ich wieder mit meiner Frau im Urlaub, ich war wieder sehr am Lesen. Und ich habe mir auch die Zeit genommen, in diesem Urlaub, ich habe ganz viele Artikel in diesem WIBilex gelesen und ich wollte schauen, ist es wirklich so bei diesen Leuten? Spielte Wunder- und Offenbarungsereignisse für die überhaupt, ist es überhaupt eine Denkoption für die, dass die bei der Entstehung dieser Texte eine Rolle gespielt haben können? Das Ergebnis war sogar klarer, als ich erwartet hatte. Kein einziger Artikel, in dem Wunder- oder Offenbarungsereignisse in der Theoriebildung zur Entstehung der biblischen Texte auch nur eine Rolle spielt, auch nur als Denkoption angesehen wird. Und damit befindet sich diese Art von Theologie natürlich in einem ganz grundlegenden Widerspruch zur evangelikaler Theologie. Denn evangelikale Theologie basiert ganz grundsätzlich auf dem Gedanken, dass der Selbstanspruch dieses Buches ernst genommen werden soll. Was ist der Selbstanspruch dieses Buches? Der Selbstanspruch ist, Gott hat gesprochen und wir lesen hier Worte, die der Geist Gottes offenbart hat. Lest mal die Propheten, wie die alle anfangen, diese Bücher. Gott hat geredet. Es ist Wort Gottes, das wir weitergeben. Und der zweite Grundanspruch ist, Gott hat eingegriffen in die Geschichte. Hier sind Wunder passiert und davon erzählen wir. Und evangelikale Theologie ist deswegen die Überzeugung, dass diese Osterberichte eben deswegen entstanden sind, weil Menschen tatsächlich dem auferstandenen Jesus begegnet sind, mit ihm gegessen haben, ihm in die Wunde gefasst haben. Das ist schon mal eine These, die du im wissenschaftlich-akademischen Umfeld nicht bringen darfst. Denn eine leibliche Auferstehung, dass eine Leiche zum Leben kommt, das wäre eine übernatürliche Ursache, ist im akademischen Wissenschaftsbegriff nicht erlaubt. Das wird dir da so offen nie gesagt. Ich sage es euch ganz deutlich. Da würden mir jetzt bestimmt einige Theologen auch widersprechen. Aber wie gesagt, ich habe es selber überprüft. Es ist tatsächlich so und ich kenne das ja auch gut aus der Biologie. In der Biologie haben wir genau das gleiche Phänomen. Wir haben da, ich höre da in der einen Vorlesung, wie unfassbar komplex das Leben ist. Und in der nächsten Vorlesung höre ich, es war aber kein Schöpfer, kein Gott, der dieses Leben zustande gebracht hat, sondern die Materie hat sich selbst organisiert. Aha. Manche Leute fragen mich, wie kannst du denn noch Christ sein, wenn du Biologie studiert hast? Ich sage immer gerade deshalb. Studiere mal Biologie und lerne staunen über deinen Schöpfer. Aber ich merke, dass dieses Prinzip, dieser Wissenschaftsbegriff sehr prägend wirkt und dass er zu einem Narrativ führt. das Narrativ der intellektuellen Überlegenheit von, ich nenne es jetzt mal, akademischer Bibelwissenschaft. Da wird so gesagt, evangelikale Theologie, ja das basiert auf Glauben, während akademische Bibelwissenschaft basiert auf objektiver Wissenschaft. Evangelikale Theologie, das ist so voraufklärerisch prämodern, wir sind aufgeklärt auf der Höhe der Zeit. Evangelikale Theologie nimmt die Bibel halt wörtlich, wir hingegen ordnen die biblischen Texte in den historischen Kontext ein. Evangelikale, die schotten sich ab vor den Fakten, die nicht ins eigene Schema passen. Akademische Theologen können intellektuell redlich offen mit allen Fakten umgehen. Evangelikale sind fundamentalistisch. Akademische Bibelwissenschaft ist weltoffen und liberal. Ich habe jetzt leider nicht die Zeit, auf dieses Narrativ zu antworten, denn ich halte dieses Narrativ für grundfalsch. Natürlich ordnen auch evangelikale Theologen Bibeltexte in den historischen Kontext ein. Viele Bibeltexte sind ja adressiert an Menschen aus ihrer Zeit. Natürlich gehen auch evangelikale Theologen intellektuell redlich mit Fakten um. Es gibt weltweit gesehen intellektuell äußerst hochstehende evangelikale Theologie, die sich den Vergleich mit akademischer Bibelwissenschaft in Deutschland überhaupt nicht scheuen muss. Aber ich merke einfach, dass dieses Narrativ wirkt. Dass sich postevangelikale und progressive Theologie umgibt mit einer Aura von Aufgeklärtheit, Wissenschaftlichkeit, intellektueller Überlegenheit. Dass sie gesellschaftliche und akademische Anerkennung verspricht. Und ein ganz wichtiger Faktor, dass sie uns entlässt aus Konflikten zwischen biblischen Aussagen und den Werten unserer Kultur. Und alle diese Faktoren werden natürlich spätestens dann sehr relevant, wenn es um staatliche oder kirchliche Fördermittel geht, um staatliche oder kirchliche Anerkennung geht, von Werken, von bestimmten Institutionen, wenn es um Posten geht, ganz konkret. Und es wird natürlich auch dann interessant, da geht es dann ins Persönliche, wenn mein eigener Lebensentwurf oder meine Lebensentscheidung nicht mehr übereinstimmen mit evangelikalen Grundüberzeugungen, vor allem im Bereich der Sexualethik, dann wird eine Theologie, die dir sagt, da gibt es auch gar keine Spannung, die dich entlässt aus diesen Konflikten, sehr interessant. Und ich höre immer wieder diese These, Mensch, über diesen Postevangelikalismus muss man nicht groß sprechen, der erledigt sich von selbst. Das ist nicht meine Beobachtung. Ich kann es nur nochmal sagen, diese Art von Theologie hat meine evangelische Kirche komplett erobert. Und es hat Gründe. Diese Art von Theologie ist aus bestimmten Gründen für viele Menschen auch tatsächlich hochattraktiv. Die wird sich nicht von selber erledigen, glaube ich. Wir haben die Aufgabe, uns damit zu befassen. Deswegen ist es gut, dass wir uns heute Zeit nehmen dafür. Ich bin da sehr dankbar dafür. Wir werden im zweiten Teil dann noch genauer hinschauen, was da theologisch passiert. Ich möchte jetzt am Ende dieses ersten Teils, ich sehe, zehn Minuten habe ich noch, das ist perfekt, noch die Bestandsaufnahme abschließen mit der Frage, welche Konsequenzen hat denn das für die Kirche Jesu in unserem Land im Moment? Welche Konsequenzen hat das insbesondere für dieses Allianz-Evangelikale und freikirchliche Umfeld? Meine Beobachtung ist, dass sich durch diese Entwicklungen inzwischen vier Milieus etabliert haben im freikirchlichen und allianz-evangelikalen Umfeld. Vier Milieus, die wir einfach kennen und verstehen sollten, wenn wir ein Verständnis haben wollen für die Dinge, die in unserem Umfeld passieren und die da geäußert werden. Zwei dieser Milieus gibt es schon länger. Das eine ist so das klassisch-evangelikale Milieu. Ich will mal kurz noch mal eine kleine Charakterisierung, was da so als selbstverständlich gilt. Klassisch-evangelikale sagen, der lebendige Christus ist unsere Mitte. Die Bibel ist das unfehlbare Wort Gottes. Den Begriff unfehlbar müssten wir jetzt noch genauer beschreiben. Der stellvertretende Opfertod Jesu steht im Zentrum des Evangeliums. Nach biblischem Zeugnis gehört praktizierte Sexualität, exklusiv in die Ehe von Mann und Frau. Klassisch-evangelikale Überzeugungen, die auch in diesem zweiten Milieu geteilt werden, die ich Konfessionalisten nenne. Die haben die gleichen Überzeugungen. Sie haben allerdings noch ein paar Überzeugungen dazu, die ihnen sehr, sehr wichtig sind. Klassisch-evangelikale haben eigentlich diesen großen Wunsch, dass Christen aus sehr unterschiedlichen Kontexten und Institutionen auch einen Leib miteinander bilden und gemeinsam das Zeugnis des Evangeliums verbreiten sollten. Deswegen sind sie eigentlich gern bereit, Unterschiede in Randfragen auch zurückzustellen. Wenn wir unterschiedliche Meinungen darüber haben, wie zum Beispiel die Endzeit abläuft oder wie das mit den Charismen so im Einzelnen ist. Evangelikale haben immer gesagt, ja, auch darüber diskutieren wir gerne leidenschaftlich, aber das ändert nichts. Wir sind eins und wir wollen diese Einheit auch praktizieren und auch in der Öffentlichkeit deutlich machen. Konfessionalisten sind eher so geprägt, dass ihnen auch bestimmte Spezialthemen so wichtig werden, dass sie tendenziell eher in ihrer eigenen, relativ kleinen Blase bleiben wollen. So, jetzt habe ich gerade berichtet, in den letzten Jahren ist ein drittes Milieu dazugekommen, das Milieu der Postevangelikalen und Progressiven, die so grundlegend andere Überzeugungen haben, dass es eigentlich theologisch gesehen kaum eine Schnittstelle, eine Schnittmenge gibt mit den klassisch Evangelikalen. Im Gegensatz, gerade in diesen zentralen Aussagen gibt es geradezu gegensätzliche Ansichten. Und meine Beobachtung ist, es ist ein viertes Milieu gewachsen, das diesen Zustand nur schwer ertragen kann. Ein Milieu, ich will das sehr positiv nennen. Ein Milieu, das sich sehr bestimmt weiß von diesem Gebet Jesu um Einheit. Und das leidet unter dieser Trennung zwischen diesen beiden Milieus. und das sich sehr dafür einsetzt, dass es doch Einheit geben möge. Auch zwischen Evangelikalen und Postevangelikalen. Ich nenne dieses Milieu die Pragmatischen. Und die Pragmatischen sagen, ja, wir nehmen wahr, da gibt es theologisch ganz grundlegende Differenzen. Trotzdem wollen wir uns dafür einsetzen, dass es da Einheit gibt. Und wie machen wir das? Wenn doch Theologie so gegensätzlich ist. Naja, wir betonen, dass in unserer Mitte doch eigentlich gar nicht irgendein Dogma ist, auch gar nicht irgendein Buchstabe, keine Theologie. Sondern in unserer Mitte ist doch der lebendige Christus, der ist doch eine Person und kein Dogma und keine Theologie. Und deswegen betonen sie, lass uns auf diesen lebendigen Christus fokussieren. Lass uns auf die Praxis fokussieren. Praxis von Gemeindebau und Evangelisation. Lass uns das miteinander machen. Und wenn wir das tun, dann werden diese theologischen Differenzen doch nebensächlich werden. Dann können wir es gelassen aushalten, wenn wir bei Fragen wie Bibelverständnis, bei Fragen wie Kreuzestod und Sühneopfer oder bei Fragen der Sexualethik, wenn wir da ganz unterschiedlicher Meinung sind. Wir können also so ein bisschen beobachten, das ist jetzt alles etwas schematisch. Aber ich glaube, es hilft uns, Dinge besser zu verstehen, während klassisch-evangelikalen und auch post-evangelikalen Theologie sehr wichtig ist. Also ich habe ja gesagt vorher, ganz wichtiges Element von Post-Evangelikalismus, Wörthaus ist Theologie, viel Theologie, die da kommt. sind Pragmatische eher so unterwegs, dass Theologie manchmal sogar fast als Bedrohung wahrgenommen wird. Theologie erzeugt doch nur Streit. Lass uns uns konzentrieren auf Seelsorge, auf Gemeinde- und Glaubenspraxis. Lass uns konzentrieren darüber auf Lobpreis und eher so die emotionalen Aspekte des Glaubens. Und wir hoffen, dass wir auf diesem Weg Einheit bewahren können von Post-Evangelikal bis hin zu diesen Konfessionalisten oder zumindest mit klassisch-evangelikalen. Ich hoffe, ihr spürt eins. Ich will das erstmal gar nicht bewerten. Ich möchte nur schildern, dass wir ein Verständnis kriegen, was passiert da in unserem Land. Ich könnte da jetzt noch einiges mehr dazu sagen. Ich möchte euch am Ende noch vier Megatrends schildern, die ich sehr deutlich beobachte im Allianz-Evangelikalen und freikirchlichen Umfeld rund um diese vier Milieus, die es da gibt. Der erste Megatrend ist, ich nenne es, der Verlust der verbindenden Selbstverständlichkeiten. Gerade auch dieses pragmatische Umfeld hat lange Zeit sich das gut leisten können, Theologie eher zurückzustellen. Denn man hat diese evangelikale Vergangenheit gehabt und da waren viele Dinge einfach selbstverständlich so, dass man gar nicht drüber reden musste, dass die Bibel das Wort Gottes ist, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben sind, dass eine Ehe eine Gemeinschaft von einem Mann und einer Frau sind. Das war lange Jahre so selbstverständlich, da musste man nicht drüber reden. Und deswegen war es leicht, sich auf Lobpreis und Seelsorge und Gemeindebaupraxis zu konzentrieren, weil diese Themen waren ja eh klar. Und man wusste, was unser gemeinsamer, verbindender Grund ist. Aber in den letzten zehn Jahren beobachte ich, dass da ein Prozess stattgefunden hat, dass diese Selbstverständlichkeiten verschwunden sind. Das hat natürlich auch mit dem Internet zu tun. Menschen orientieren sich nicht mehr nur in unseren Predigten, theologisch, sondern sie gehen ins Internet, sie hören die unterschiedlichsten Quellen mit den unterschiedlichsten Aussagen. Sie finden dort Quellen, die sie auch für irgendwie einleuchten und attraktiv halten. Und sie kommen dann plötzlich wieder in unsere Versammlungen, in unsere Treffen und bringen die unterschiedlichsten Überzeugungen mit, auch zu den allerzentralsten Fragen unseres Glaubens. Und wir merken plötzlich, es ist nichts mehr selbstverständlich. Wir reden noch vom Evangelium, aber was das Evangelium eigentlich ist, was diese Botschaft eigentlich beinhaltet, was eigentlich diese Erlösung und Rettung, über die wir in unseren Lobpreisliedern so häufig singen, was das eigentlich bedeutet, wovor wir eigentlich gerettet und wovon wir erlöst werden. Wir können es eigentlich nicht mehr miteinander sagen. Wir können da höchstens noch diskutieren drüber, aber es gibt nichts mehr, was uns im Kern selbstverständlich miteinander verbindet. Der zweite Megatrend ist, progressive und postevangelikale werden noch liberaler und missionarischer. Ich merke das vor allem beim Thema Sexualethik. Eigentlich bis 2020 war es noch so, dass postevangelikale Vertreter das Thema Sexualethik weitgehend gemieden haben. Sie haben da eigentlich nichts dazu sagen wollen. Man hat so wie bei Michael Diener 2016 ahnen können, da kommen Dinge ins Wanken, aber sie haben eher wenig drüber gesprochen. 2020 ist ein Buch erschienen vom Leiter der Klinik Holmark über das Thema Homosexualität und christlicher Glaube, wo er berichtet, dass er sich von klassischer evangelikaler Sexualethik komplett verabschiedet hat, dass er die sogar für gefährlich und schädlich hält. Und im Zuge dieses Buchs sind dann auch bekannte postevangelikale, wie eben Michael Diener, Thorsten Dietz und andere, an die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, wir sehen das auch so. Wir in gewisser Weise, wir outen uns jetzt. Wir haben diese evangelikalen Überzeugungen hinter uns gelassen. Und seither ist ein dramatischer Wandel passiert. Während früher diese Vertreter sehr zurückhaltend waren bei dem Thema, sind sie heute geradezu missionarisch unterwegs. Es kommt eine Publikation nach der anderen raus, in der progressive Sexualethik massiv vertreten wird. Mehr noch, in der buchstäblich zur Umkehr gerufen wird. Leute, das ist doch so lieblos, gleichgeschlechtliche Paare nicht zu trauen und nicht zu segnen. Ihr müsst umkehren, ihr müsst rauskommen, sonst seid ihr aus der Sackgasse. Bitte tut Buße über diese veraltete Sichtweise, die ihr da noch habt. Der dritte Megatrend ist, aufgrund dieser beiden ersten Entwicklungen gibt es ein wachsendes, alles gut noch da oben, es gibt ein wachsendes Verständnis für die Bedeutung von gesunder Theologie und die führt zu neuen Netzwerken unter Evangelikalen. Das heißt, evangelikale Leiter merken, die Dinge sind nicht mehr selbstverständlich. Es reicht nicht, dass wir irgendwo auf unserer Homepage in der hinteren Ecke auch noch so ein Glaubensbekenntnis haben. Wir müssen darüber wieder reden. Wir müssen begründen, warum wir was glauben und warum wir die Dinge auch für wichtig und für unaufgebbar halten. Wir müssen da wieder sprachfähig werden. Deswegen beobachte ich, dass ein Apologetik-Kanal nach dem anderen aus dem Boden schießt. Apologetik ist ja diese theologische Disziplin der Verteidigung des Glaubens. Ja, Aufatmen Gottes Gegenwart habe ich vorher schon erwähnt. Ich leite auch mit diesen, so eine Mediathek mit dem Namen Offen.Bar mit theologischen Vorträgen. Apologetik-Projekt werden wir hier heute Mittag noch vertreten sehen. Vielleicht kennt ihr Bibelfit von Markus Voss, Glauben, Denken, Daniel-Option. Ich könnte noch eine Menge mehr nennen. Die sprießen geradezu aus dem Boden. Und was ich noch beobachte, ist, viele Leiter merken, bei diesem Thema können wir nicht nur in unserem eigenen Umfeld bleiben. Wir müssen uns miteinander vernetzen, weil unsere Leute, die informieren sich ja überall, nicht nur in meinem Umfeld. Und deswegen können wir gegen die Trends, die da laufen, auch gar nicht nur alleine vorgehen. Wir brauchen einander. Deswegen entstehen Netzwerke. Evangelium 21, Netzwerk, Bibel und Bekenntnis. Netzwerktheologie bei der geistlichen Gemeindeerneuerung. So was Jesus 25 ist, wird in Kürze noch bekannt werden. Immer neue Netzwerke unter Evangelikalen, die sich an dieser Stelle engagieren. Ich würde sagen, dieser Tag, heute, dieser Studientag, ist auch Teil dieser Bewegung, die da passiert. Letzter Megatrend, die pragmatischen Geraden zunehmend in die Zerreißprobe. Man sieht es schon an diesen Pfeilen. Dieses Modell, das jetzt lange funktioniert hat, zu sagen, wir sparen, wir reden eher wenig oder kaum über diese theologischen Spannungsthemen und hoffen, dass wir darüber Einheit gewinnen, funktioniert immer weniger. Vielleicht haben es manche von euch mitbekommen, es gab im letzten Jahr eine geradezu kirchenhistorische Spaltung bei den Anglikanern. Es gab eine Versammlung, bei der Bischöfe aus der ganzen Welt, anglikanische Bischöfe, sich versammelt haben, die etwa 85 Prozent der weltweiten Anglikaner repräsentieren. Und sie haben sich losgesagt von ihrer Mutterkirche, von Erzbischof von Canterbury. Und der Hintergrund sind genau diese Themen, über die wir sprechen. Gleich ist bei den weltweiten Methodisten eine große Spaltung, auch genau ausgrund dieser Themen, die wir haben. Und ich kann es nur sagen, das passiert nicht nur weltweit. Wir sehen auch in unserem Land viele Signale, die deutlich machen, wir werden in den nächsten Jahren auch bei uns ähnliche Entwicklungen sehen. Und die große Frage ist, was nun Kirche Jesu? Wie gehen wir um mit diesem Trend? Wir werden da im zweiten Vortrag drei Fragen uns angucken, Dekonstruktion verstehen. Wie kann ich sie erkennen? Und wie werden wir ihr begegnen? Darum wird es im zweiten Teil gehen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Applaus